Wann wie an diesen Glauben ans Nennloten daunen, an dieser Wahrheit säken daunen, doar Beinen sind wie Mahimel an diesen Triebel. Wara, ein Fäiser Kapitel 6 Vers 12, doar rätet Wara von, wie Champfen nicht mit Fleisch und Blut. Wara, ein Fäiser Kapitel 6 Vers 12, doar Rätet Wara von, wie Champfen nicht mit Fleisch und Blut. An Gottes Hand holen. Und du hast, wie viele Menschen sind, die ducken am Doel, die feilen diese Ziehung, diese Traatung von Gott. Sie fangen an zu denken, sie fangen an zu glauben, ob wir wirklich mein Fleisch loslaten. Und hier sage ich, Gott, check mal, wo gerade mein Problem ist. Du hast auch, wie noch war er in der Lage, dass wir mal einmal so denken, ich glaube, Gott weiß nicht, was ich mir da ist. Gott hat vielleicht nicht die Erfahrung, was er empfindet, bis ich gehörhaft. Gott ist, wenn es nicht in der Lage war, dass er nicht die Macht hat über das. Du hast, wie wir dann anfangen, Gott zu betrachten. Und wir würden einmal gleich erklären, wie groß mein Trouble ist. Und ich glaube, hier war, als ein wichtiges Ding, dass wir aus Channendonen, wir sind verloren, und diese Lage, oba, Gott hat die Ewemach. Gott hat die Kroof, Ewa hat alles. Und durch den müssen wir Ewa kommen. Wir kämpfen nicht unbedingt mit uns, wir kämpfen mit der Jäste, wo er bei den Hüssen. So, wenn wir dort nehmen, dann können wir eine Person, ob wir, ob ein Abhaupen kicken wollen. Das Fleischel, was du da ist, das bestätig nicht du. Dort hast die Macht, was die Teufel da hat an dich. Und du kannst die Entscheidung merken, dass du die Macht wieder da in was, oder nicht. Dort brauchen wir uns einig zu werden. Und dort haben wir die Zeilen merken, dass wir das verstehen können. Hier haben wir ein anderes Bild, was viel Schmacken zit. Und das ist, was viel von unseren Troubeln geholfen hat, wenn wir das in Channendon. Viele Menschen, die sich bekehren wollen, oder viele Menschen, die von unseren Troubeln wollen loskommen, wo sie bene sind, die sind ganz ständig mit ihr Gesäge recht, neue Troubeln, neue Weidung, neue Sünde, neue Berennis, was immer sie haben. Die sind ganz ständig in Chikrohahn, und die wünschen so, wann sie mal loskommen. Und ein großes Poet von dieser Ding ist so einfach, als bloß mal wegdrehen davon, und nehmen die Allmache Kraft, und so ist dieser das. Dieser dreht sich da bloß einfach mal weg. Er führt an Gott seine Hand an. In Psalm 21, vers 9, wird all. Da redet von Gott seine Allmache Hand, dem Teufel seine Macht, verschlägen hat. So wie weit der Teufel seine Macht ist, der immer mit der Schläge, der will uns verschlägen. Und aber Jesus ist gekommen, und das fing, wenn ein Pfeiser Kapitel feiert, dass Jesus ist gekommen und hat unsere Gefangenschaft, dem teufelische Strang, Schlägen, Chäden, whatever they have. They have high, gefangen genommen. Und wachgefiert. So, wann wir das im Glauben annehmen, dann, dann, ja, wir uns mal wegdrehen, an dem Glauben zu Gott. Und weißt du, das ist das große Geschenk. Wir denken vielmals so, oh, da mag ich jetzt noch mal all meine Troubles los sein, und dort kann ich Gott anfragen. Und das ist das Geschenk, was er uns gegeben hat. Wir dürfen wegdrehen, und packen, und seine Hand an, wo er bloß allein durch den Glauben geht. Und wenn wir dort wirklich bleiben, dann verlässt uns das Fleisch die Kraft. Die verlässt die Macht. 2. Timotheus, 2. Versaßen 20. Und sie wieder nüchtern würden aus des Teufels Strick, von dem sie gefangen sind zu seinem Willen. So hier ist ein Vers, das redet von des Teufels Strick. Wir waren nüchtern, wann wir uns weichdrehen vom Teufel, und wir drehen uns mal nach Gott, und checken, wer er ist, und was er habe getan für uns, dass wir wirklich von uns Fleisch losstellen. Waren, das beißt nüchtern als eine Fleischliche Mensch. Dort ist das beißt, dort ist das Tier, woran uns alle Wege immer Troubles melkend hat. Und von dem sei wir loswerden, der ist die Gnode von Gott. Volg geduldig. Das ist noch ein Bild, was ich kann brauchen, wenn du hier antworten hast und gönnest hast, und du checkst nur Gott, und du gehst sie weg. Du hast dem Heiligen, und die, was an alle Wahrheit, die leidend hat. Dann kann dein Fleisch dann noch bezügt sein, und mit Versuchungen. Aber du magst dich nicht mal. Ich brauche hier manchmal das Beispiel, dass wir kennen, ein Mensch, das erklären, du möchtest loszuladen von diesen Troubles. Und der rechte ihm will noch Gott, und vor allem im Glauben an, dort ist die Begehrung. Und wenn du am Glauben anfordert hast, dort hast du zum Beispiel, wenn du weißt, weh im Abholen, auf dem Bach, die kämpft dort zu vorn. Und du weißt dem Abholen, du weißt nun Ziel, dort wo du die Hand kriegst. Und du ranst schrotzäuere Stab, dort haben, das du dem kannst abholen. Und hängen wehs höchst an den Steinen an, und fälltst der Haan. Und du jumpst bloß ab und ranst, wenn es dort ist dein Ziel. Wenn ich dort passt, dann sag ich ja noch, aber vielleicht hast du die nach der Stadt, die fälltst du dort Haan. Dann kannst du sagen, mein Sack fällt Haan, ist nicht Haan geworden. Warum nicht? Wenn es ein Ziel hat. Und dort ist es das schafft. Wenn wir ein Ziel haben, zu gehen, was Gott leiden hat, dann kann uns Fleischel jetzt auch, uns nach Fährde Feind, die Schlangen Haan schmieten, wie hoch du dann wiederhören, wie hart nicht gemacht. Wie weit nicht mal, wie wir uns gestartet haben. Und dort ist ein Port von uns Glaubensleben. So ist das, wenn wir am Glauben, an Leib, an Frieden, an Geduld schaffen. Und ich weiß, einer, die ich einmal noch nie, in Prach herauf, er hat mich letztendlich gesagt, er würde mich flachig weihe daunen, und ich habe noch schon gemacht. Weißt du, dass das Weitfall in so ein Leben, zu sehen, dass du nicht mal an dengst, dass die andere die Welt am sei. Ich nahe ihm, dass das ein Joke. Ich nahe ihm, dass das nicht dumm hat, das ist ein Spos, das ist krägeln. Und ich leid daunen, so viel die Dala. Und bei ihm hat, die daunen ab, er will mich fallen melken. Und ich weiß, wie man bekannt hat. Und das ist, gerade was passiert in das, wenn wir mal wachstücken von uns Fleisch, und wir checken, nur das Gessel der Leben, nur Gott seine Hand, am Glauben, und lebe da wieder, da ist, wo wir können überwinden. Nächste, 1. Johannes 3, Vers 1, 3, da redet von, da ist noch nicht alle openbohren, was wir waren, aber wir weite da, wenn da ist openbohren, was wir waren, wie Jesus Christus war, glücklich sein. Das ist ein wundervoller Versch, das ist ein Ziel. So, dass es jetzt sei, wann ich dann gerne will abholen, und ich will mit dem mit. Hier, wo ich losrein, weiß ich noch nicht, wo das alle wird sein, was ich da beginnen war, ob ich weite, wann ich da ist, boven sie, dann sehe ich mit Jesus glücklich. Die erste Versch, da sage ich, dass das ist die Freiheit, was Jesus ans Leben hat, dass wir wirklich sind, ich seh nicht schon in der heutigen Säle, in den Tzernen. Und wie weit er dort, wann wir in diesem Leben sind, wann wir an dieser Hand antworten, in diesem Glauben, dann sind wir auf dem Weg nur die Herrlichkeit. Und diese Erscheinung, was hier sein, dass, gleichweg meint, wann wir wirklich und dann scherp, wo wir bitte sein, und Hand in Hand mit Jesus im Himmel sein, und da wo wir ihm von Angesicht zu Angesicht wo wir uns sein, in den Hans Tzernen. Aber so ist das doch hier in das Leben. Wenn du das Fleisch losgeladen hast und hältst dich da an, dann wo er sehr viele Dinge oben war, was die Niemels Eier oben war werden. Da wo er sehr viele Herrlichkeiten, wo du da beleven, Wunder, wo du da beleven, Erfahrungen, wo du da merken, wo du wirklich sitzt, wo Gott schafft, wer Jesus ist. Da wo er die dort oben war, was passiert in das. Aber weißt du was, wie brücken umgedreht zu sein. Wie brücken discherper, ans einel dir hoort, ans einel dir kleine Jung, oder kleine Miau, was er immer von Namen will. Die muss sich wegdrehen von hier in Nogatischen. Tot na an wie eine Begehrung. Die muss wegdrehen von sein Fleisch und sein Geist leben. Römer 8, Versassendardig, da redet von wo wir endlich als Schlagschub sind. Hier waren, moet wir denken, wer ist das? Das ist ein fleischlicher Mensch. Das fleischliche Poet von uns, als eine Eck, dort muss wir endlich betrachten aus, was alle Tage geschlägt und geschlägt wird. So wird am Schrift Paulus dort da, wie alle hier sterben an sie sind und sie leben Christus. Aber solange wir hier auf dieser Eid sind, an Christen leben und leben. So wir brücken ans Fleisch immer ware und immer ware dood zu merken. Aber an der 37 ver sagt das Aber we we wenden auch wie bloß an zu denken an die große Leih die wir an haften. Dat wir das wirklich bloß in geschenk können annehmen und ans Fleisch wird gekriegt sich. Aber wir können wie wenden in das wo wir so wie wir wenden an Ich würde gleich sagen von dieser Vers zu nehmen Matthäus 28 Vers 18 Da sagt es zu Kloa dass Gott hat Jesus alle Worte geeft am Himmel und auf Eid. So Jesus hat nicht die Kontrolle über alles. Und das Jesus hat in Lukas Kapitel 1 Vers 1 Hange Gone was wir zun an will den wird nicht passieren. Die können sogar Jaff trinken und das wird nicht geworden. Und das ist die Allmacht. Hier habe ich ein Bild wie Brücke können als ein Beispiel das wie das besser verstehen. Hier ist ein fleischlicher Mensch . die wollen dies zu sein woran wenn sie sind wo die zelle nicht oben worden. So das war an Teuflische Eck. Und wie bräckte diese Allmacht über dem und hier habe ich ein Beispiel gemacht von Power Lane. Wie weiter Licht kämpft von Strom. Licht von Kraft. Irgend war eine große Kraft wo an die licht bräcke sind. Ich mag das Beispiel als Power Plan. Gott ist eine Allmache Kraft wo wenig man connected chännen. So ist die grotere Strom als verlangen Gas. Da wird niemand sein Mensch will antworten wenn er död. Da wird krachen und wird död. Ähnlich ist Gottes Allmache jen ans fleisch wie mensch. Wir chännen Gottes Allmache mit ans fleisch und melch betrieben und wird bloß bang und wir död. Aber es ein Licht wo was uns die Wölz rauf bringen hat was uns die Verständnis von Gottes Allmacht rauf bringen hat wo wir anpacken und an die Wölz stemmen hat. Und dann haben wir das Problem mit das Fleisch das hier ist das Problem und das ist zum gemacht. Das fehlt der Groot von Mie und die als ein Fleisch der Mensch durch ihn zu stören. Wir verzeichen viel. Viele verzeichen viele Jahre die zu schaffen und sie merken das nicht. Was wir brauchen ist, wir machen an alle Menschen durch den Glauben. Die Starter switch. Eine starter switch ist eine große switch die man eine kleine mag in der top connect machen und das drüven. So das geloven und das auch in die schenkt. Die Finger out im Testament. Das die geloven ist auch in die schenkt was Gott uns gevinht. Hij hält uns die hand und verrat an sein geloven rüht. Und Hij bewies das. Hij geft uns das. Wenn wir uns wollen um zu glüven, Hij bewies sich wahrheit. Und dadurch haben wir eine Starter das ein Problem kontrollen. Wer sieht ich? Ich sehe, ein kleiner Junge da. Was absolut keine Kraft in diese Macht hat. Aber durch das das schenkt und glauben und das transforme was ansteht für uns wie von Jan je wollte plant vordere sein. Das Ben lewe. So was ich in die don ist an switch durch den Glauben nur dem Transformer und das angekneckt an die allmache Kraft. Wir dürfen nicht Angst haben, dass wir das nicht kennen. Die Lösung ist da. Das sage ich den Nachhaltigste Versch kann uns rein noch scheiden von dieser gewollte Kraft. Und diese gewollte Kraft ist wie leufe. Der Teufel ist mit Leines, mit Merderie, mit Hout, mit Zorn, mit Zank, da ist seine Kraft, wo wir hier beinahe schaffen da. Wenn wir fleischlich schaffen, dann gehen wir mit Füßt. Aber wenn wir leufe haben, dann haben eine Hand. Du kannst bloß natürlich nehmen und denken, dann kannst du einmal den Transformer verstehen, wenn du eine Füß anhältst, dass die die fühlen, wenn du eine Hand anhältst, die die auch fühlen. und wie viele duzende Wolken von Leib sind, weiss ich nicht, aber du hast noch und Leib, was der Jesus Christus und im Glauben kein Problem schafft. Ha, mag wir den Teufel Leib bewiesen? Nein. Weit du was, wir können kein Mensch Leib bewiesen, doch kann der Teufel nicht sein. Der Teufel versteht sich nicht mit Leib. Wir haben Leute, die manchmal har Leiche daunen, dort sagt dem Maun aus, wo immer saß eine halbe schon hoch und 250 Punt und ein Kleiner Kind mit Leib kann so ein Mann aus da auf Schnee bringen. Das ist was Gottes Leib hat. Gottes Leib schmelzt dem Teufel seine Wut. Der schmelzt dem Teufel seinen Mord. Da kann die Ola daunen. So du hast eine gewollte Kraft auf was wir an beiden am Seile wirklich halten. Hier sage ich, das Machen da ist der Feier, du hast nicht die Daut was uns kann hinein bringen, du hast nicht Leben was uns ein bringen, du hast nicht Engel was uns ein bringen, du hast nicht große Macht in dieser Welt was uns ein bringen, du hast keine Gewalt was uns ein bringen, du hast nicht dort was neu ist und du hast nicht dort was gewaßt ist und du hast nicht dort was er kommt hat, du hast nicht hört, nicht teipet, du hast nicht ein Ding, woran es von dieser Leben scheiden kann, der Jesus Christus. Der was Jesus Christus für uns genommen hat. Der hat alle Gewalt genommen und wenn wir an dieser Leben den dann den Ferien fahrt, dann schau wie die überwinden. Wir dürfen nicht angst haben. 1. Johannes 3 3 Wer so eine Hoffnung hat als dort, die rein nicht sich als Jesus rein ist. Weet je wat, in diese Hoffnung, in diese Leben, in diese Genode, du rein nicht dort. Now wird wie vielleicht sagen, oh ja, da mag ich nicht aufprachen, weil ich dann all die Leben ha, und ich will machen, tun, weil die wird stemmen, we Zeit sagt, wenn du das Leben hast, dann wirst du nicht mehr an, dass du aufprachst, wenn es dein Leben bewiesen hat. Das worum das rein wird. Du kannst armählich, wenn du viel Leben hast, kannst du weit doll werden, hast auch versagt. Wenn du Fried im Hort hast, dann kannst du nicht nur dein Fleisch schicken, dann checkst du noch Gott. Wenn du Fried hast in dem Hort, dann checkst du nicht nur dein Fleisch, die fehlt er nicht an. Wenn du geduldig bist, dann checkst nicht einmal nur die Klack, was er will. So das ist ein Ding, was Gott uns erfällt hat. Matthäus Kapitel 5, Vers 17, da sagt Jezus klark, ich zie nicht kommen die zaad voeten nehmen, ich zie die kommen die her verfallen. Und das ist was hier in der Und das ist wo wir können mention ab diesen waag nach halten.